Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Wahnsinn, Wahnsinn, was geht denn hier ab? Eine Sensation. Deutschland, Brasilien, 7 zu 1, da muss man sich zickern. Hol dir jetzt ein Stück Fußballgeschichte. Hol dir ein Stück des Original-Tornetzes. Durch deine Spende. Hilf Kindern und Jugendlichen in Brasilien. Spende jetzt unter 7 zu 1 deins. Deine Spende, dein Stück vom Tor.